In den vergangenen Tagen haben wir auf der fünften pan-europäischen UNECE-WHO-Minister-Ministerinnen-Konferenz gemeinsam beraten und, wie ich finde, auch sehr viel geschafft. Und ich freue mich einerseits, dass so viele Kollegen, Kolleginnen unserer virtuellen Einladung nach Wien gefolgt sind, mit 46 Ministern und Ministerinnen, Staatssekretären und Staatssekretärinnen aus 41 Mitgliedsländern der UNECE haben wir die bisher größte, THE PEP, ausgerichtet. THE PEP steht für Transport Health Environment Pan-European Program und das unterstreicht einfach die große Bedeutung, die die Themen Umwelt, Verkehr und Gesundheit für uns alle haben. Und die Konferenz und auch die heute beschlossene Wiener Deklaration der Konferenz, die wir gemeinsam unterzeichnet haben, stehen unter dem Leitmotiv eine bessere Zukunft bauen. Und das trifft die Botschaft dieser Konferenz, glaube ich, wirklich auf den Punkt, die Klimakrise stellt uns vor enorme Herausforderungen, aber wir werden sie gemeinsam bewältigen, indem wir gemeinsam an einer guten Zukunft bauen, einer noch besseren Zukunft mit mehr Lebensqualität, mit sauberer Luft, mit einer gesunden Umwelt, in der wir alle gesund leben können. Und genau das drückt auch die Wiener Deklaration aus, die wir heute verabschiedet haben. Und mit ihr haben wir auch, das ist ein Meilenstein, heute erstmals einen gemeinsamen pan-europäischen Masterplan zur Förderung des Radfahrens beschlossen. Auf Initiative von Frankreich und Österreich haben wir dabei festgelegt, dass wir bis 2030 die gefahrenen Radkilometer in der europäischen Region verdoppeln wollen. Denn Radfahren ist nicht nur gut für unsere Gesundheit, Radfahren schützt auch unser Klima, der Ausbau der Radinfrastruktur schafft Jobs, ein Win-Win für Klima, Gesundheit, für unsere Wirtschaft. Und dieser gemeinsame Beschluss, das ist wirklich das erste Mal, dass ein derartiger Masterplan pan-europäisch vorliegt, ist wirklich ein Meilenstein. Österreich wird sich selbstverständlich auch an der Umsetzung dieses Beschlusses aktiv beteiligen, all der Beschlüsse der Konferenz. Einerseits werden wir dafür im Rahmen von der PEP ein internationales Kompetenzzentrum für aktive Mobilität einrichten. Wir unterstützen auch sehr aktiv die neue Partnerschaft im Rahmen der Konferenz der PEP für nachhaltige Tourismusmobilität, ein Bereich, der gerade für Österreich natürlich von enormer Wichtigkeit ist. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, dass wir auch auf unser Klima und auf unsere Umwelt aufpassen. Sie schützen für uns, aber vor allem auch für zukünftige Generationen. Und es freut mich deswegen auch ganz besonders, dass wir auch jungen Menschen, Jugenddelegierten auf der Konferenz Raum gegeben haben, ihre Botschaft an uns zu richten. Die Jugend hat uns ein Positionspapier überreicht und das werden wir jetzt auch aufgreifen mit einer neuen Partnerschaft zur Jugendmobilität in der Konferenz. Denn ich bin überzeugt davon, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann wird es uns gelingen, der Klimakrise auch etwas entgegenzusetzen. Die Verdoppelung des Radverkehrs in der europäischen Region bis 2030 als ein sehr konkretes Ergebnis dieser Konferenz ist dafür ein sehr, sehr starkes Zeichen. Ein wichtiges Zeichen, auf das wir uns heute gemeinsam geeinigt haben. 41 Mitgliedsländer dieser Konferenz. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis, über das ich mich als Klimaschutzministerin und als Co-Vorsitzende gemeinsam mit Wolfgang Mückstein dieser Konferenz natürlich ganz besonders freue. Herzlichen Dank.